Wir haben noch gut, 21 ist doch gut. Hallo und willkommen zurück zu unserer Sonntagsausgabe von Call of Duty Warzone. Wir haben einen Spieleraustausch. Wir haben diesmal den Dirk nicht dabei, aber stattdessen eben den Sven. Zack, wird das Zeitlinie geguckt. Was? Ja, ja. Das Dirk weniger geguckt, bin ich nicht dabei. Bin ich dabei. Meinst du? Ja. Also Dirk hat schon seine Fans, so ist es schon. Echt, habe ich meine Fans? Ja, du hast deine Fans. Die Tanja ist zum Beispiel dein Fan. Ich bin schon Tanja. Die Tanja. Nee, nee, nee. Ich warte jetzt nicht, wer die Tanja ist. Das ist Tanja. Das kann ich nicht während der Aufnahmen verraten. Komm. Nein, kann ich nicht. Warum? Der Fein währt sich. Hinter einer Frau, weil sie das hört aus. Nee. Wie war es denn? Nee, ich jetzt nicht. Warum macht man das? Man macht keine Werbung. Nee, deswegen nicht. Man darf ja darum bitten, öffentlich nicht gelandet zu werden. Was hat es denn gemacht, oder was? Ja. So. Oh, ist das noch nicht. Ja, gut. Dann kannst du das verstehen. Dann kannst du ja direkt so sagen, dann ist alles gut. Genau. Also, ich möchte in dem Video auch nicht öffentlich gelandet werden, ne? Ich auch nicht. Alles froh, ich will es auch nicht von mir öffentlich genannt werden, des Videos. Also, ich bin, äh, wann das Video auf jeden Fall nachher. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Alter, wo lang kriegst du denn? Ich hab das Kopf gelandet. Bruder, lass uns starten, ey. Ich hab nicht, ich stehe im Flugzeug. Ich hab nicht, ich stehe im Flugzeug. Warte, ich stehe im Flugzeug. Warte, ich wünschte mich. Was ist denn was? Ach so. Dafür aber zwei Quoten, ne? Nee, das hier. Battle Royale. Das ist unsere Abgaszone. Das leert sich deine Reaktion. Wir gehen nicht in die Sicherheitszone. Das ist das Ziel, aber die Reaktion nicht ab. Wie wäre es eher als Landeszone? Hier wird es ja verdammt viel los sein, aber wenn wir los haben, dann lohnt es sich nicht. Das ist das Ziel, 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 das ist das Ziel. Ja, was denn jetzt? Ich gehe nicht auf dem Dach, dann. Also, drei Stunden auf dem Dach. Komm, ich stehe nach oben. Angriffsfreigabe für alle Ziele. So, hier rum. Oh, die kämpfen oben, da sind wir die Dach ab. Echt? Ja, jede Ecke. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Sniper finden, habe einen gefunden, aber die absolute Hotze. Geigen ja nicht schon mehr. Nein, nein. Ich versuche was. Das war riskant, aber ich versuche es. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Ich wirst es bereuen. Was ist da jetzt extra, wenn ihr bist? Hab einen. Halt, ich bin fertig. Unten. Kommt ihr schon einer helfen? Ne, ich hebe mich gerade selbst auf. Ah, ist der Mist. Wo ist der? Der oben auf dem Dach wurde wieder aufgehoben, den ich gerundet und wieder da unten hatte. Aufgekannter mir. Ah, der hat gerade drüber gesprungen mit dem Schallschirm. Hier ist ein Sniper. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Kau. Ah, hab übertriebenes Sniper bekommen. Ich bin tot. Ich habe mal gespielt. Ach, schon auch noch. Komm, jetzt fliegt nur von uns. Bruder, wir gehen uns auf die Aussichter. Super. Beide Streppen. Das kann ich auch so gut auch. Dein Teammitglied hat den Kulak betreten. Ein überwiesen erlaubt, einen erneuten... Dein Teammitglied hat den Kulak betreten. Ein überwiesen erlaubt, einen erneuten Einladen. Ah, super. Muni alle. Ich bin auch im Kulak. Du bist jetzt im Kulak. Kämpfe, um erneut eingesetzt zu werden. Fuck, ich muss hier weg. Links. Kommt er links. Du kannst in diesen Mistkerl jederzeit zeigen, während du wartest. Verleihung sie oder folie in die Visage mit einem geworfenen Stein. Dein Teammitglied wurde gebrochen und ist nicht mehr bei uns. Halter. Zwei Schuss. Dein Teammitglied ist erledigt und kehrt zur Basis zurück. Geld brauche ich. Hab ich nicht. Wenn du hier gewinnst, bist du zurück auf das Front. Verlierst du, ist dein Kul vorbei. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Hier wurde der Arsch versohlt. Wir schicken dich zurück zur Basis. Respekt. Ein Schuss vor der Nebauer, der war jetzt lauflich. Es ist noch nicht vorbei. Dein Team kann dich freikaufen. Da ist eine Versorgungsstation. Oh, hier eine Kiste. Hier ist das auch. Gehen wir jetzt alle zu? Ja. Ja. Ich will dich nur dort oben setzen, aber ja. Ich will dich nur dort oben setzen, ja. Ich bin nicht heißer. Willkommen im Gulag. Ich bin nicht heißer. Willkommen im Gulag. Gulag. Gulag, 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 gulag. Links oder rechts, kommt der. Das ist ein Schuss. Ich bin nicht heißer. Ich bin nicht heißer. Ich bin nicht heißer. Ich bin dreckiger Tja Ich bin stolz auf dich Mach dir ne Runde, dann setz ich kurz mal eine aus Hä? Mach dir ne Runde, dann setz ich kurz mal eine aus Warum? Einfach so Tja Komisch Wie komisch Er wird jetzt freiwillig aus Echt jetzt? Wem will den verarschen? Er will sicher den Gegner nur spionieren, was wir gerade machen Genau Das ist der Plan Wusste ich's doch Wasch alle hops Hoppili hopp Wer lebt denn noch? Niemand Warten nur noch auf euch Wie das denn? Ich bin noch drin Wo ich das... Bei wem trete ich denn jetzt ein? Ich bin doch bei dir eingetreten, Dirk Bei mir? Hm? Wieso das denn? Wieso das denn? Weil du das Spiel kennst Ne, ich kenn das nicht Ich Weiß jetzt nicht, aber was gewinnen, ne? Ach, weil du das Spiel kennst Die ist, die ist Ich Danke Du bist der Beste Ah ja, die Waffe, die Folge euch Wollte und meistens Wollte und meistens Ja, 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 klar Wann Hast du nicht 10 davon gesammelt? Hättest du nicht genug Hä? Easy Suchst du schon? Ich such schon die ganze Zeit Aber keiner will mit uns spielen Ja, die sehen unseren Skill Die sehen wie gut wir sind Die haben nicht Bock mehr Ist doch logisch Äh, nirg ich mich Aber die Battles laufen eigentlich ganz gut auf der Drop Ich bin das aber am Verfolgen Einen laufen die immer gut Hier einer hat gerade auch eine 90$ Kiste StatTrak Minimeware Kill Confirmed Für 180 Schon lecker 4,9 Sekunden 750 PS Das ist ja auch Nismo, leck mir am Arsch Das ist Nismo Da war es ja keine Ahnung Man kann ja nicht von alles Ahnung haben Das stimmt Ich zeige das mal Stephen Hawking Ja man, dann glaube ich das auch Was? Was glaubt ihr? Dass das Stephen Hawking ist Ja Dirk Der hat den besten Gaming Chair Bei dem dreht sich alles Ich kann nix dafür Die beste Linie Aber das hat weh Alter Bist du wirklich schon besuchen? Ja Das sind deine Trust Faktors zu gering Wenn die recht haben Wenn die recht haben Wenn die recht haben Wer ist zu klein Oh deiner Ja Können wir nix für Einem Spieler Leider Einem Spieler Lack du Hund Lack du Hund Hellraiser 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 Warum? Sind nicht gut, sind nicht stark Was denn mit dem Dunkelraiser? Der kommt flach Der kommt flach Der kommt flach Der kam extrem flach Mann Sind wir so gut oder was? Ja ja In der B-dinglinglingling propon? Dar, ist ein Dinglingling? Hallo und willkommen zurück zu Call of Duty in Warzone, wo beim Absprenkopf war das Gas Es breitet sich schnell aus, begib dich in die Sicherheitszone Flug ist schlafen gegangen Mitten auf den Bergen Unten bei dem Zoo Da wurden nur noch die Zwerge Einfach raus, einfach rein in die Olver Dein Primärziel ist, dass sie alle zu töten Oh, mein Primärziel ist, dass sie alle zu töten Klingt gar nicht nach mir Ja Genau Zum nächsten Gebiet vorrücken und den Bereich sichern Hier ist einer Wo? Komm hoch Komm hoch Da gestehe ich Das Geheimnis Genau Komm hoch Hier Bronny, ich hab was für dich Hier oben auf dem Dach musst du hoch, mal hoch kommen Äh, wo geht's hoch? Oben Oben Es geht hoch oben Oben liegt auf dem Dach, liegt auf jeden Fall das Tisch Okay Aber ich kann dich wiederbeleben, komm Sie ist schon raus wieder Mal Gas, Gas, Gas Aber noch Geld Ich hab bis jetzt noch gar nichts gefunden Müsst ja nicht da hinkommen, wo ich bin Es gibt eine Anzeige Eine fette Anzeige Da steht Und noch da Da ist ein Millikopter abgesprungen Da ist schon wieder auf dem Weg runter Hm? Äh, ich hab Geld gefunden Schöner kleine Gebäude immer rein Mhm, immer rein ins kleine Gebäude, du Sau Ja, alles klar, damit bin ich wieder raus Ja, alles klar, damit bin ich wieder raus Der Bronny macht mich heute echt fertig Ja, das ist ruhig Richtig, ruhig Ja, Entschuldigung, meine Frau hat die Tage Äh, so genau wollte ich das jetzt nicht wissen Ja, ich wollte mich nur dafür entschuldigen Auftrag abgeschlossen, Aufklärungsdaten gesichert Hä? Das Gas kommt Ich hab mich auch nen Kalender eintragen Wie, du weißt das doch Ja, ja, normal, ich hab mir jetzt auch nen Kalender eingetragen damals Damals Na, auf der Universität Echt jetzt? Was war die eigentlich? Wie markiere ich, wenn ich jetzt Sag mir mal, wie markiere ich hier einmal, wenn ich jetzt hier so einen sehen würde Alter, aha Also die sind eben am Damm abgesprungen Mit dem Hubschrauber Ja, ich seh keinen Äh, Sven ist in der anderen Richtung, glaub ich Ja, ich geh mal kurz weiter Wir sind in der Vergleichszone Wir sind in der Vergleichszone, auf Feinde aufpassen Ihr seid mir zu krass Ihr seid mir zu wild, Vater Das kann ich verstehen Das war ganz viel Geld Kannst du das nicht nehmen? Ja Ja, sag mal Oh, das ist kein Geld, was man sehen kann Hier war einer Ist hier war hier einer Der läuft doch Der läuft doch Ah, fuck Ah, fuck Leib auf Schwiegel Oh, da Danke für die Info Das Teammitglied ist der KULAK Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt Wenn ein weiteres ständischen Bild das kostet Schon wieder Schrotwinter Was haben die heute zusammen mit ihrer Schrotwinter? Weiß ich auch nicht Bisschen Noob-freundlicher Fucking Noob, alter Willkommen im KULAK Ich bin fett Er hat sich mitgerechnet Er hältst du die Freibachschrotzer Damit du so fett bist Ja Ich bin halt wieder draußen Komm da nicht raus Ich muss aufpassen Naja, ich hab schon Einen KULAK Die Gegner In dem Haus Markier mit ALT Markier mit ALT Er ist irgendwo unten wahrscheinlich Markier mit ALT Hör zu, Soldat Wenn du hier gewinnst Gehts wieder an die Front Aber wenn du verlierst Du bist dran, Soldat Ja, hinter mir kommt auch noch einer Ich bin tot Ich auch Hinter mir kam auch noch einer Hinter mir vorbei Was ist die drin? Dein Team kann dich freikaufen Ich war in dem Haus Mann, ja Ich glaub das ist Das war einer Ist erledigt, weiter! So Wieder ein Blick in den GUL-Arsch Das war unfair Wollen wir den zu zweiter Glaub sie spielen auch im Team Pistole Kannst vergessen Links vorbei, rechts vorbei Na toll Der hat mir eine Granate Auf den Körper geschmissen Ich sag's mal so Dirk Du hast auch nicht einen Schuss getroffen Wer ist denn jetzt noch drinnen von uns? Keiner Wir sind schon durch Und wir hatten einen Abschuss Juhu Ich sag ja auch Ohne Ramon gehts nicht Ja Und dieser? Ich hab mir um dich verlassen Ohne Ramon gehts nicht Wir brauchen ein Wir brauchen Ramon seine Führung Er ist mega Ich hab auch manchmal keinen Bock auf Snipern Kommt trotzdem Machen wir Machen wir wohl Einmal bis jetzt Zweimal Zweimal Dreimal Dreimal haben wir Ich hab dreimal mit dir gesnipert Doch Drei gegen drei Ja, Black Ops Drei Mal Nein Doch Ich spiel Warzone Aber erwarte nicht dass ich auch nur ansatzweise motiviert mitspiele Das kommt schon Ich lass mich einfach platt gehen Hä? Ich lass mich einfach platt gehen Okay Ich mach mich einfach mal an